Leute, es hat noch mal übertriebenst geschneit. Passend dazu mache ich gerade mit Mini-Paluten eine kleine Wanderung. Der Weg ist allerdings ein bisschen versperrt. Da müssen wir durch, aber ich schmeiß Mini-Paluten da drüber. Oh, sehr gut. Da muss ich jetzt durch. Let's go! Alter. Meine Mütze. Mini-Paluten geht sehr gut. Wir müssen weiter.